Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Brettspie News Podcast und zwar wir fangen das Jahr an mit einer Spezialausgabe und der Philipp ist heute dabei und ich bin der Daniel. Wir begrüßen euch. Wie schaut es denn aus, Philipp? Was haben wir uns denn heute für ein Thema ausgesucht? Ja, erstmal auch von mir und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was eigentlich immer gut geht. Es ist fast eine Top-Liste, aber es sind bestimmte Spiele, die wir im kommenden Jahr interessant finden und zwar vor allem welche, die gut zu zweit spielbar sind. Also eigentlich reine Zweispielerspiele mit dem Kniff, dass man die vielleicht auch alleine spielen kann, weil heutzutage hat halt fast alles in Solo-Modus und das ist dann irgendwie ein bisschen komisch, welche auszuschließen, nur weil das dabei ist. Ja, stimmt. Und ich habe auch ein, ich glaube zwei kooperative Spiele rausgesucht, die tatsächlich dann wahrscheinlich auch sich sehr gut solitär spielen lassen, hören sich zumindest so an. Also meine sind alle Hardcore-Kompetitiv, also man gibt sich gegenseitig nur auf die Mütze. Also sowas gibt es bei mir nicht. Koop? Nee, das kommt beim Philipp nicht ins Haus. Ja und wir müssen natürlich auch dazu sagen, wir haben die Spiele jetzt noch nicht ausprobiert. Wir haben die, also ich habe eins der Spiele schon mal tatsächlich gesehen als Prototyp, aber auch noch nicht gespielt. Und wir haben also keine Kenntnis über die Spiele in irgendeiner Form, außer das, was wir uns eben anlesen konnten, jetzt über Bot Game Geek oder andere Quellen. Und wir haben einfach Spiele rausgesucht, wo wir glauben, dass die sehr interessant sein könnten, dass man die mal im Blick behält in diesem Jahr. Und ich finde auch gerade dieses Segment für zwei Personen ist ja durchaus relevant. Also wenn ich jetzt allein in unsere Redaktion denke oder auch in mein privates Umfeld, da gibt es doch sehr viele Pärchen zum Beispiel, die immer gerne zu zweit spielen. Und ja, warum nicht mal den Blick dahin werfen und zu schauen, welche Spiele kommen denn dieses Jahr jetzt dann vermutlich raus? Auch das wissen wir natürlich nicht. Also die sind angekündigt für dieses Jahr, müssen wir auch anmerken, wie ihr das wahrscheinlich schon kennt aus der Brettspielszene, kann es immer auch mal passieren, dass es irgendwelche Verzögerungen kommen, dass da irgendwelche Verzögerungen kommen und die Spiele einfach viel später, also sprich nächstes Jahr erst rauskommen oder so. Ja, genau. Also bei mir ist auch, bei allen, also nicht bei allen, aber bei einem ist es mit Sicherheit sehr fraglich, weil die Kickstarter-Kampagne soll erst noch laufen und es soll dieses Jahr schon rauskommen. Das ist natürlich eigentlich immer schon so ein rotes Tuch, aber wir sind erstmal einfach positiv und sagen, das klappt bestimmt. Ja, es gibt ja manche Verlage, die benutzen ja Crowdfunding eh nur noch so als quasi Marketing-Tool, um schon mal eine Vorabauflage direkt abzuverkaufen und haben die Spiele eh schon komplett produziert oder lassen die schon produzieren, während die Kampagne noch läuft. Also das ist durchaus möglich. Kommt auch immer auf die Größe des Spiels an. Ich glaube, ich, oder meine Erfahrung war, bei kleineren Spielen ist es häufiger mal der Fall, dass die dann tatsächlich auch so rauskommen, wie sie vorhergesagt haben. Interessant, oder? Dass nicht die Großen das hinkriegen, sondern meistens dann die Kleinen. Ja, ich denke mal einfach wegen einem überschaubaren Produktionsaufwand, der dahinter steckt. Oder nicht ganz so fürchterlich komplizierten Distributionen hinterher und so. Ja, genau. Versand geht vielleicht leichter, weil die einfach viel kleiner sind, die Schachteln oder so. Aber ob die ganzen Schachteln jetzt wirklich kleiner sind, da müssen wir noch abwarten. Ich glaube, ich habe eine sehr dicke Box dabei. Ja, ich habe auch mindestens eine, also nicht dicke Box, aber das Spiel ist schon ein Schwergewicht. Also, naja, ich will nicht zu viel verraten. Genau. Ich habe vier Spiele rausgesucht und du hast ja drei rausgesucht und hättest ja eigentlich auch mein viertes Spiel, was ich rausgesucht habe, hattest du auch noch auf deiner Liste. Also haben wir uns im Prinzip beide vier rausgesucht, aber unterm Strich jetzt sieben Spiele. Genau. Sieben ist auch eine schöne Märchenzahl. Also, finde ich, spricht auch nichts gegen, mal eine Top-Sieben zu machen. Genau. Top-Ten sind langweilig. Eben. Top-Ten kann jeder. Wir machen Top-Sieben. Genau. Ja, dann fange ich einfach mal an mit meinem ersten Titel. Und zwar, als ich den Titel gelesen habe, es geht um das Spiel Monstervania, da bin ich recht irgendwie neugierig geworden. Dazu muss ich sagen, dass ich auch im Bereich Videospiele privat viel unterwegs bin, viele Spiele gerne ausprobiere. Und es gibt für diejenigen, die das noch nicht kennen, ein Genre im Videospiel, das nennt sich Metrovania-Spiele. Ja, da gibt es im Prinzip sehr begrenzte Level mit unüberwindbaren Hürden. Und, ja, man erkundet quasi, ja, meistens irgendwelche Gänge, läuft oft seitwärts und springt auch viel. Also, man hat von der Seite auch oft eine Pixelgrafik und man springt einfach durch den Level und muss eben Hindernisse schaffen. Und mit der Zeit wird die Figur halt dann immer mächtiger, kann irgendwelche neuen Tricks oder kriegt irgendwelche neuen Fähigkeiten. Und dann macht es dann oft Sinn, sich nochmal zu erinnern, ah, ich bin doch vorhin in einem Level irgendwo gewesen in der Ecke, da konnte ich noch nicht hochspringen zum Beispiel. Aber jetzt kann ich höher springen, jetzt gehe ich nochmal zurück und schaue mal, was da ist. Und dieses Spielprinzip will eben das Brettspiel Monstervania, ja, auf den Tisch bringen. Und das fand ich halt super interessant. Es ist wohl auch ein Spielbuch dabei, also man spielt in einem Buch, was man umblättert. Auch das kommt diesem Genre halt sehr nahe, dass man ein abgegrenztes Level hat und man kann sicherlich hinterher auch wieder zurückblättern und nochmal zurückgehen. Das hört sich sehr spannend an. Also es erscheint beim Verlag Zacatrus, habe ich noch nie gehört. Das Spiel selber richtet sich eben an ein bis zwei Personen, ist kooperativ. Die Spielzeit beträgt wohl nur 15 Minuten pro Partie und wird empfohlen ab einem Alter von acht Jahren. Also es wird auch nicht so anspruchsvoll sein wahrscheinlich. Ähm, Autor ist Silvestre Pastor und die Grafiken stammen von Alberto Canuda Navarro. Spannend, also Metroidvania, das ist ja auch so ein Ultra-Oldschool-Genre bei den Videospielen. Also von Metroid, früher vom Super Nintendo oder ich weiß nicht, ob es aus dem davor auch schon Metroid, weiß ich gar nicht. Und Castlevania entstanden und ich glaube so, was sind denn so die, was sind denn so die Bekannten heute an Metroidvanias? Vielleicht so Ori and the Will of the Wisp auf jeden Fall hier auf Xbox und so, das war glaube ich relativ bekannt. Die sind jetzt so keine Riesenerfolge in der Regel, sondern sind jetzt eher auch so ein Nischenbereich im Videospielbereich. Aber in ihrer Nische sind sie dann durchaus sehr erfolgreich. Und das Spiel wird hier eben auch als Action- und Jump'n'Run-Spiel für ein bis zwei Personen angeteasert. Und ich habe geguckt, vom Spielmaterial sieht man noch gar nichts groß. Also hätte mich jetzt interessiert, wie die das umsetzen möchten. Und auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das hier umgesetzt wird. Und von der Story her geht es darum, dass die Zwillinge Martha und Lukas ja ein schreckliches Unglück erleben. Ein dunkler Magier hat den Vater entführt und die wollen ihn jetzt eben wiederfinden. Und das ist quasi die Aufgabe, die sich dann durch das Spiel zieht. Es ist gut möglich, dass man hier dann verschiedene Level quasi durchlebt und schaffen muss. Da bin ich einfach super neugierig drauf. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, das hört sich mal echt neu an vom Ansatz her. Ja, auch wenn es jetzt natürlich ein Genre vom Videospiel her ist. Aber trotzdem, warum nicht? Kann natürlich in die Hose gehen, aber vielleicht klappt es ja auch richtig gut. Wer weiß. Ja, und Jump'n'Run als Brettspiel kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen bislang. Also wie das funktionieren soll. Ob man dann irgendwie Karten spielt, auf denen Sprungsymbole sind. Dann darf man sich Felder bewegen oder so. Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt tatsächlich noch gar nichts darunter vorstellen. Klingt auf jeden Fall spannend. Und weißt du, warum Monster weniger? Wenn ich das Wort Monster lese, dann habe ich immer so, vor allem wenn es in Richtung Videospiel geht, dann denke ich immer an sowas wie Pokémon oder halt solche Spiele, die da irgendwie was mit zu tun haben. Oder ist das Monster einfach nur, weil, keine Ahnung, weil es Monster in dem Spiel gibt. Wahrscheinlich. Also hier steht was, dass in einem dunklen Wald oder verbotenen Wald warten schreckliche Gefahren auf die beiden Helden. Okay. Also man sammelt keine Monster. Schade. Und ja, man trifft aber gewalttätige Ungeheuer. Okay. Und Monster. Okay. Immerhin. Ja. Also wir, also ich bin gespannt, wenn das Spiel rauskommt und wir zufällig das mal vielleicht zugeschickt bekommen oder so, dann werden wir auf jeden Fall auch nochmal darüber berichten. Ja, und ich bin dann auch gespannt, wie sie das umsetzen. Also 15 Minuten klingt jetzt für mich auch so komisch, weil Metroidvania Spiele sind ja eigentlich meistens relativ ausufernde Spiele, also wie sie das dann gelöst haben, dass das nur 15 Minuten dauert. Ist das ein Kampagnenspiel oder sind das dann so einzelne Episoden, die man da in 15 Minuten durchspielt oder wie ist das? Ich denke schon. Also das war jetzt leider, mehr Informationen gibt es dazu nicht. Da ich aber gelesen habe, dass da ein Buch bei ist, wo quasi Level drin sind, so habe ich das zumindest verstanden, kann ich mir gut vorstellen, dass man, wenn man dann vielleicht auf einer Seite spielt, wenn man die dann abschließt in 15 Minuten, geht man dann halt zum nächsten Seite und so weiter. Okay, ja. Interessant, ja. Bin ich auch gespannt, wie sie das dann mit den zwei Spielern umsetzen, weil Metroidvania sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Koop-Modi haben, also zumindest die meisten nicht, die mir einfallen, also sich Hollow Knight oder so, ist glaube ich auch immer noch relativ aktuell. Ja. Sind jetzt auch nicht bekannt für ihre Zwei-Spieler-Modi, solche Spiele, deswegen, ich meine bei einem Brettspiel ist es natürlich auch einfacher, als bei einem Videospiel so was zu machen, aber Metroidvania sind ja eigentlich schon ziemlich dezidiert Einzelspieler-fokussierte Spiele und da bin ich super gespannt, wie das dann sich ändert, also das ist ja auch alleine spielbar, wie man sieht, also es ist ja auch für eine Person oder ein oder zwei Personen, bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird, kann ich mir wirklich überhaupt nichts darunter vorstellen. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich eher ein im Kern-Solo-Spiel, was eben zu zweitkooperativ dann auch mit Absprachen im Prinzip spielbar ist. Ja, genau, kann ich mir auch vorstellen, man hoppst halt mit zwei Leuten durch, ne? Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch keine Riesenhürde, bei so einem Spiel dann umzusetzen. Nee, das stimmt, zumal es ja auch zwei Geschwister sind, Zwillinge und ja, vielleicht übernimmt dann eben jeder eine Figur und wenn man alleine spielt, steuert man beide oder so. Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Naja, dann lass mal hören, was hast du denn für ein spannendes Spiel gefunden? Ja, also ich mache jetzt mal direkt das Gegenteil von dem, was du gemacht hast und präsentiere ein Spiel, was unglaublich komplex ist und unglaublich lang ist und was auch wahrscheinlich in einer relativ großen Box ist und was auch schon bekannt ist und wahrscheinlich nichts wahnsinniges Neues und zwar rede ich von einem Wargame, ein politisches Wargame, muss man dazu sagen und das ist der dritte Teil eines absoluten Klassikers, den wir wahrscheinlich einige Leute kennen werden, vor allem die, die schon länger dabei sind oder die was mit Wargames am Hut haben und zwar Twilight Struggle South Asian Monsoon und das ist wie gesagt der dritte Teil sozusagen, also Twilight Struggle ist ja einer der absoluten Klassiker unter den Brettspielen, vor allem unter den Wargames und den Zweispielerspielen und ich weiß gar nicht wie alt, also das ist keine Ahnung, 10, 15 Jahre hat es schon auf dem Buckel, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber es ist kein wirklich mehr neues Spiel und es sieht auch nicht neu aus und auch das neue Spiel sieht nicht neu aus, das kann man schon mal sagen, ist für ein bis zwei Personen diesmal ähm, also nicht ein reines Zweispielerspiel, sondern auch Solospiel war und es ist wieder von Jason Matthews, also von dem Original Autor von Twilight Struggle und von dem zweiten Twilight Struggle, das hieß glaube ich Red Sea, ähm, das war dann so eine etwas kleinere Version, die ein bisschen zugänglicher war, ähm, und der ist für das Spieldesign von South Asian Monsoon auch komplett zuständig und Jason Karr, das ist der zweite Jason im Bund, ähm, der ist für den Solo-Modus zuständig, also die, da haben sich nicht das ganze Spieldesign aufgeteilt, sondern einer ist für den Solo-Modus zuständig, weil Jason Matthews, äh, so wie ich aus dem Internet rausgehört habe, kein großer Fan ist davon, Twilight Struggle Solo zu spielen, aber haben sie einfach auf zwei Schuhe verteilt, finde ich ganz witzig, äh, ist ein Spiel, ähm, so 75 bis 120 Minuten dauern, also schon noch eine Ecke weniger als Twilight Struggle, Twilight Struggle ist eher so drei Stunden, würde ich behaupten, ähm, ähm, ungefähr ist es schon ein mächtiges Spiel, ist auch ein globales Spiel, äh, also mit so einer großen Weltkarte und da geht's um den Kalten Krieg, also es ist fast wie so ein kleiner Geschichts, äh, so ein kleiner Geschichts, äh, Vortrag, äh, quasi das Spiel, weil man so den ganzen Kalten Krieg einmal durchspielt mit allen Events, die passiert sind, einer übernimmt eben, äh, ja, den Westen und einer die, die UdSSR, äh, also die Sowjetunion und dann ist es im Prinzip ein Wargame, was sich eher wie so ein Einflussspiel gestaltet, also man schiebt jetzt keine kleinen Truppen über die Karte, sondern man verteilt Einfluss, äh, und erhöht seinen Einfluss in verschiedenen Staaten und versucht die eben auf seine Seite zu ziehen und, äh, es ist so ein kartengetriebenes Spiel, also man spielt Karten, die meistens verrückte Effekte haben oder häufig verrückte Effekte haben können, die dann historisch irgendwie eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel für Kuba, äh, kann man Che Guevara spielen oder Fidel Castro, äh, also historische Figuren, die dann irgendwas machen und da dann ganz Kuba irgendwie für einen gewinnen, also für die UdSSR-Seite oder so ähnlich und das neue Spiel soll auch wieder in diesem Stil sein, das heißt eben auch Twilight Struggle, ist jetzt kein völlig anderes Spiel, ähm, ist auch wieder von GMT Games, also von dem Verlag, der eben hinter Twilight Struggle steht und Imperial Struggle, das war auch so ein, so ein, so ein Nebenprojekt, was so ähnlich war, äh, und in dem neuen Spiel South Asian Monsoon geht's eben jetzt um so ein bisschen die, mehr die Anfangsphase des Kalten Kriegs, also so Ende der 50er, als das gerade alles angefangen hat und das geht eben vor allem um diesen südasiatischen Raum, also Indien, Pakistan und China, ähm, der in dem Grundspiel so ein bisschen vernachlässigt wurde, weil wie gesagt, das Grundspiel spielt eben auf globaler Ebene, also hat man wirklich eine Weltkarte und man kann überall seinen Einfluss verteilen und im neuen Spiel soll es sich halt hauptsächlich um diesen, diese asiatische, soll die südasiatische Region drehen, weil das eben in dem Grundspiel so ein bisschen unter den Tisch geschoben wurde und da gab's dann irgendwie so eine China-Karte, die so ein bisschen so ein Meme war, äh, und halt alles so ein bisschen sehr flach dargestellt hat und jetzt soll das halt mal richtig beleuchtet werden und im Interview, das ich gesehen hab von Jason Matthews, hat er gesagt, äh, dass das Spiel jetzt im Vergleich zu dem Red Sea, was davor kam, sich hauptsächlich an Leute richtet, die schon an Experten in Twilight Struggle sind, also im ersten und es soll richtig drüber hinausgehen und denen nochmal eine neue Herausforderung geben und denen nochmal zeigen, dass sie nicht so gut in dem Spiel sind, wie sie denken. Das ist eine Herausforderung im neuen Jahr. Da hast du auf jeden Fall auf eine sichere Bank gesetzt. Ich hab mal nachgeguckt, die, ähm, erste Version ist tatsächlich jetzt nächstes Jahr schon 20 Jahre alt. 20? Ai, 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 ai. Mein Gott, ich werd auch nicht jünger. Ja, 2005 ist das Grundspiel, also das erste erschienen, hat aber bei 48.000 aktuellen Bewertungen und mehr einen Durchschnittswert von 8,3 und ist im Segment War auf Platz 2 und im Bereich Strategie bei Board Game Geek auf Platz 13. Also wirklich, ähm, ja, da kann man viel von erwarten und tatsächlich auch overall, also komplett alle Brettspiele, die es bei Board Game Geek gibt, auch auf Platz 13. Ja, und ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, also das ist jetzt schon eine Weile her, äh, so 2010, ein bisschen später, da war das viele, viele, viele Jahre in den Top 10, also sehr, sehr viele. Und das war auch in den Top 3 sehr, sehr lange. Ähm, und wurde sehr lange so als der heilige Gral unter den, äh, Zweispielerspielen behandelt. Aber es ist natürlich auch ein echtes Monstrum. Und das Neue soll nicht mehr ganz so komplex sein, ähm, also nicht mehr ganz so groß und brachial wie das Original, aber eben doch eine neue Herausforderung sein, mit ein paar neuen Sachen, also mit ein paar Sachen, die verändert werden, die ich jetzt alle nicht aufzählen will, weil das sich wirklich dann nur an die absoluten Experten des Originalspiels richtet. Ähm, aber ich fand's eigentlich ganz interessant, dass so was Altes halt jetzt in den letzten Jahren wieder so ausgegraben wurde, ne? Also Twilight Struggle, das ist halt ein Spiel, ich glaub, das hat zwischendurch so einen kleinen zweiten Frühling erlebt, durch die digitale Version, die ganz gut ging. Ähm, und dann kam ja Red Sea raus, äh, vor ein paar Jahren, äh, was ja wie so eine kleine Anfängerversion ist, also so, wo es sich halt nur um, äh, Ostafrika dreht und die Ereignisse sind auf Ostafrika, also auch eine viel, viel kleinere Karte und ein viel kürzeres Spiel, was viel handelbarer ist. Äh, und das war eben so wie so ein Einstieg in das System gedacht und das ist jetzt halt quasi nochmal eine Schippe obendrauf, die Leute, die sich schon damit gut auskennen. Das find ich halt eigentlich eine total super Idee, weil das Spielprinzip von Starlight Struggle ist auch bis heute noch absolut einzigartig. Also diese, diese ganzen, diese, 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 diese historische, äh, diesen historischen Vortrag, den man sich da gibt, man lernt bei dem Spiel wirklich richtig viel. Also auch wenn man, wenn man sich meint, mit dem Thema gut auszukennen, meint, lernt man da schon noch eine ganze Menge bei dem Spiel. Und das ist trotzdem alles extrem, extrem gut verzahnt. Also es ist wirklich ein Spiel, was man auf Turnierebene spielt, äh, und was sehr, sehr robust ist. Und ich find's super, dass das jetzt wieder ausgegraben wird und dass sie sich die Arbeit machen, da, ja, quasi noch einen obendrauf zu setzen, für die Leute, die das Spiel eigentlich schon so gut kennen. Ja, definitiv. Dann will ich mich da direkt mal anschließen, damit wir das Thema Wargames für heute dann, glaub ich, auch abgeschlossen haben. Ich hab nämlich auch eins mir rausgesucht und das hab ich halt, äh, jetzt lass mich nicht lügen, 20, 22 auf der Spiel in Essen auch schon als Prototyp gesehen und damals bin ich sofort aufmerksam geworden, weil ich mag halt Wargames auch sehr gerne, ähm, aber dann eben so wirklich, wenn's meistens so um Schlachten geht. Also jetzt nicht Globalstrategie, das find ich jetzt nicht so spannend für mich persönlich, sondern eher so, wo man eben Einheiten steuern kann und gegeneinander kämpfen kann. Und Duell of Commanders ist genau so ein Spiel, nur es hat auch wieder einen innovativen Kniff, was ich so noch nirgendwo zuvor gesehen habe. Es richtet sich eben auch an ein bis zwei Personen, als wahrscheinlich am besten zu zweit halt als Duellspielen, lässt sich aber auch wohl mit einer digitalen App, äh, an der, ja, Solo spielen. Ähm, und das ist ein, äh, Spiel, wo, ähm, ja, der eine ist eben ein, ähm, Kapitän von einem U-Boot und der andere kommandiert eben eine Flotte und muss das U-Boot versenken. Und, ähm, wenn man sich mal bei Board Game Geek zum Beispiel die Bilder anschaut, da sieht man einen, aber den Aufbau, das ist quasi nicht, ähm, man hat hier nicht ein Brettspiel, also eine Spielebene, man hat zwei Ebenen übereinander und die sind mit dem Sichtschutz, äh, voneinander getrennt, so dass eben die, ähm, ja, gegenseitig kann man eben nicht wirklich sehen, wo ist jetzt die, wo sind die anderen Einheiten. Das heißt, das U-Boot, äh, weiß nicht genau, wo sind die Schiffe, außer es erkundet halt die Oberfläche und genauso gut wissen eben auch die ganzen anderen Schiffe nicht, wo ist das U-Boot, um es zu versenken. Und das hört sich echt sehr, sehr gut an. Also, auch das Spielmaterial, das sieht schon richtig toll aus, das ist alles wunderbar gezeichnet. Ich finde, das bringt sehr viel Atmosphäre mit, wenn man halt sich für das Thema begeistern kann natürlich. Hier geht es natürlich um den Zweiten Weltkrieg, ähm, wo eben, ähm, ja, auf der einen Seite die deutschen U-Boote sind und auf der anderen Seite eben die amerikanischen oder englischen, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Engländer sind oder Amerikaner, auf jeden Fall eben, ja, die Flotte der Alliierten. Der Autor ist Friedemann, äh, Pedro und der hat auch die Illustrationen gemacht, das kommt ja auch nicht häufig vor und ich habe so das Gefühl, das ist so richtig, äh, da brennt jemand richtig für das Thema, für das Setting, für das Spiel, für seine sehr innovative Idee und da bin ich extrem gespannt drauf, um das mal auszuprobieren. Und die Spielzeit wird so mit 45 bis 120 Minuten angegeben und das finde ich, das ist okay für so ein Spiel, wenn das so tatsächlich so sein sollte, dann ist es überschaubar. Äh, ab dem Alter von 12, wie kompliziert das sein wird, ist hier noch nicht angegeben und erscheinen wird es bei Pilot Games, das ist, glaube ich, auch ein neuer Verlag, ich habe den jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt bisher und, ähm, ja, hört sich einfach nach einem klassischen Spiel an, wo man eben so ein U-Boot-Simulator-Duell hat, also, hast du davon schon mal gehört oder hast du zufällig auch gesehen auf dem Spiel? Nee, nee, gar nicht, also ich bin aber auch wirklich nicht die Zielgruppe für solche Spiele, also bei mir ist es tatsächlich genau andersrum, also ich mag eben diese großen globalstrategischen Spiele eher, die sich noch die ganzen politischen Sachen vornehmen und mit solchen Sachen eher so spielen, sowas wie das neue Hegemony oder so, sowas, das ist so die Art von politischem, ja, Spiel, was mich interessiert, je größer es geht, desto mehr große Fragen es stellt und je mehr Zeit es abklappert, desto besser und diese Kleinen, die sich auf diese Schlachten fokussieren, das ist eigentlich nicht so mein Ding, weil ich mir so denke, so, ja, nee, das kann ich auch am PC spielen, ist dann irgendwie cooler, weil es das irgendwie besser einfängt für mich persönlich, aber ich finde das bei dem Spiel total spannend, also ich finde, für so ein Spiel kommt mir die Spanne irgendwie groß vor, also 5 bis 120 Minuten, das ist ja ein deftiger Unterschied, ob das einfach daran liegt, dass, naja, wenn man halt frühzeitig seine Gegner alle versenkt, dann hat man halt schnell gewonnen, oder? Ja, also die Macher sagen, es gibt hier einen abschaltbaren Glücksfaktor, also im Grundspiel gibt es wohl noch Glück, aber man kann noch sagen, ich will jetzt das auf Null setzen, sodass man dann, wenn man zweimal gegeneinander antritt, beide haben die gleichen Voraussetzungen und dann kommt es wirklich nur auf die strategischen Entscheidungen an. Okay. Das kann ja immer gut oder schlecht sein, ne, so Glück in so einem Spiel, finde ich. Ja, ja, richtig. Ich meine, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, ob damals Glück davon abhängig war, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, ein bisschen Glück haben sie schon gebraucht, dass sie einfach in die richtige Richtung pingen oder zur richtigen Zeit einfach, ja, die Suchsysteme aktivieren, ja, oder in die richtige Tiefe dann eine Wasserbombe werfen. Ja, ich denke mal, dass wenn man es ausprobiert, dann kann man es ja auch dann feststellen, ob es mit oder ohne Glück mehr Spaß macht. Es ist auf jeden Fall gut, dass es abschaltbar ist. Das finde ich schon mal eine gute Möglichkeit, weil gerade da in dem Segment gibt es ja viele Personen, die Spiele dann eher ohne Glück spielen wollen und eben komplett strategisch quasi ganz selbst verantwortlich sein wollen für alle, für den Erfolg oder auch für die Niederlage. Ja, das ziehe ich auch komplett ein. Ich mag bei solchen Spielen immer so ein Chaos-Element. Deswegen bin ich immer Fan von, ich bin auch großer Fan von Root, dem Spiel von Leder Games, was man ja auch Wargame nennen kann, auch wenn es halt kein historisches Setting in irgendeiner Form hat. Aber das ist ja im Prinzip auch eigentlich ein Wargame. Und ich mag das Spiel halt so gerne, weil es ein unfassbares Chaos ist. Also, weil man halt nie wirklich weiß, ob es alles klappt, was man da machen will oder nicht. Aber ich sehe auch den Reiz von diesen komplett glücklosen Spielen, wo es einfach nur darauf ankommt, dass man einfach besser taktiert hat als der Gegner und seine Möglichkeiten besser genutzt hat und dass man dann auch keinen unfairen Vor- oder Nachteil kriegen will, nur weil man halt gerade besser im Würfeln war. Ja, ich finde auch gerade bei so Spielen zu zweit, die dann halt über eine längere Spanne gehen, finde ich es dann auch eigentlich immer befriedigender. Also für mich persönlich jetzt das Gefühl, wenn man wirklich entscheiden kann und nicht jetzt durch einen blöden Würfelwurf irgendwie schon am Anfang der Partie weiß, oh, ich kann hier heute nichts mehr reißen. Und man sitzt dann auch noch eine Stunde und spielt das Spiel zu Ende. Das finde ich dann immer sehr demotivierend. Ja, was mich von solchen Spielen immer extrem abschreckt, ist, dass ich immer Angst habe, niemanden zu finden, mit dem ich das auf einem Niveau spielen kann. Weil ich tanze immer auf so einer Linie zwischen, ich spiele das Spiel und ich interessiere mich für das Spiel, beschäftige mich damit schon auf einem Level, dass ich in dem Spiel auch echt gut werde, aber nicht so sehr, dass ich anfange, mir irgendwelche Strategie-Guides oder so anzugucken. Also ich bin so irgendwo zwischen dem richtigen Nerd, der sich so Strategien anguckt und wie kriege ich das, wie eröffne ich das Spiel am besten und was mache ich in Situationen X und Y. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der einfach drauf loshaut und ja, passt schon irgendwie. Ich gucke einfach mal was drauf, was dabei rauskommt. Und irgendwie, wenn ich solche Spiele habe, dann fehlt mir immer so eine Person, die das ähnlich macht wie ich. Entweder ich fühle mich total vernichtet von der gegnerischen Person, weil die einfach zu gut ist und zu viele Guides gelesen hat. oder ich mache die anderen total fertig und denke, oh mein Gott, jetzt muss ich mich zurückhalten, weil sonst wird das kein schöner Abend. Ja, ja, das stimmt. Und man braucht auch wirklich viel Platz. Also wenn das wirklich das Spiel ist, was man auf den Fotos sieht bei Board Game Geek, also wie man es auch eben auf dem Spiel als Prototyp sehen konnte, dann braucht es wirklich enorm viel Platz, weil man irgendwie Sichtschutz hat und dann hat man halt diesen wirklich großen Spielplan gleich in doppelter Höhe aufgestellt. Das ist ja fast dreidimensional. Also es steht ja so aufgebaut, dass es aussieht, als wäre es fast dreidimensional. Also irgendwie so zwei Boards übereinander, die mit so komischen Sichtschirmen befestigt werden. Fast wie so ein großer Kubus, außer dass es nicht vierjährig ist. Ja, genau. Und das eine, die obere Fläche ist dann eben die Wasseroberfläche und die andere Ebene ist dann eben unter Wasser. Und ja, da bewegen sich dann die Schiffe jeweils und die U-Boote. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Für das Thema macht das natürlich extrem viel Sinn. Aber es ist schon ein Klumpen. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie groß dieser Tisch ist, den wir haben. Wenn ich mir die Proportion ansatzweise richtig vorstelle, dann könnte das auf meinen Tisch zu Hause noch passen vielleicht. Ja, und auf jeden Fall, auf dem nächsten Spiel wird es dann bestimmt auch ausgestellt und wahrscheinlich dann auch zum Kaufen sein. Weil wie gesagt, das war schon vor zwei Jahren jetzt quasi, dass dieser Prototyp soweit war. Und wenn es jetzt für dieses Jahr angekündigt ist, da bin ich mir relativ sicher, dass es dann auch tatsächlich erscheinen wird. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu leichterer Kost. Oder was hast du dir noch rausgesucht? Ja, genau. Ich überspringe jetzt mal das Zweite, was ich auch sucht habe. Und nehmen wir sofort das Dritte, weil das jetzt so schön passt. Weil das ist das Drittspiel, oder mein Zweites, worüber ich sprechen möchte. Das ist nämlich auch so ein Eins-gegen-eins, so ein bisschen mit so einem versteckten Bewegen. Was hat sich jetzt bei deinem U-Boot auch so angehört? Weil mit einem U-Boot sehen sie sich natürlich nicht. Und ich rede jetzt über Kelp. Kelp ist auch ein, ja, so ein bisschen so ein Kopf-an-Kopf-Rennenspiel. Also es gibt einen Spieler, der kontrolliert einen Hai und der andere kontrolliert einen Octopus. Und die wollen sich gegenseitig an die Wäsche, beziehungsweise der Octopus will eigentlich nur abhauen und seinen Kram machen. Und der Hai möchte den aber fressen. Und es ist also auch ein völlig asymmetrisches Spiel. Also beide Parteien kontrollieren eben völlig unterschiedliche Kreaturen, die ganz andere Sachen machen. Und das soll 40 bis 60 Minuten dauern. Und das ist von Wonderbow Games. Das ist auch ein neuer Verlag. Es war jetzt ein ganz großer Kickstarter-Hit vor nicht allzu langer Zeit, das Spiel. Und der Autor ist Carl Robinson. Der ist auch sein erstes Spiel, also ist da auch nicht viel drüber zu sagen bislang. Ist ein reines Zweispiel, das Spiel, also mal ausnahmsweise ohne Solo-Modus. Und das Spiel sieht erst mal super interessant aus. Also es hat schon ein Board, aber das Spielfeld ist so kreisförmig angeordnet. Und da gibt es dann so einzelne Quadranten mit so Feldern drauf. Und der Oktopus verteilt auf diesem Spielplan so nur von einer Seite einsehbare Klötzchen, wo auf der Rückseite dann irgendwas abgebildet ist. Zum Beispiel der Oktopus selbst, also seine Position. Und dann noch solche Muscheln. Ich weiß nicht genau, wofür die stehen. Und das können dann auch noch irgendwelche Fallen sein zum Beispiel. Und der Hai, der schwimmt zwischen diesen ganzen Klötzchen hin und her, durch diese einzelnen Felder. Und der muss mit Strömungen schwimmen. Und der hat dafür einen Würfelmechanismus. Also er muss immer würfeln, um sich zu bewegen und um anzugreifen. Und um Energie zu sammeln. Und kann auch seine Fähigkeiten verbessern und sich neue Würfel dazu holen, die er dann in seinen kleinen Beutel reinschmeißt. Und der Oktopus auf der anderen Seite, der spielt Karten. So wie so, wie man sich zum Beispiel bei Beast, bei dem Beast-Spiel, worüber wir neulich auch schon mal im Podcast gesprochen haben, so ähnlich. Also man spielt halt Karten und die bringen dann irgendwas, die haben irgendeinen Effekt. Und dann bewegt sich der Oktopus zum Beispiel. Oder darf die Positionen von zwei von diesen Klötzchen tauschen, damit der Hai nicht mehr weiß, wo er ist. Oder darf irgendwelche Klötzchen aufdecken, um damit irgendwas Besonderes zu machen. Aber dann weiß der Hai natürlich eher wieder, wo der Oktopus ist. Und kann dann wieder versuchen anzugreifen. Die haben nämlich halt zwar auch beide völlig unterschiedliche Siegmechanismen. Für den Oktopus läuft so ein bisschen die Zeit. Also je mehr mit seinen Würfeln der Hai macht, desto höher wird einem so eine Leiste. Und wenn die ganz am Ende angekommen ist, gewinnt der Oktopus. Und dann kann auch noch passieren, dass der Oktopus die ganze Nahrung fressen kann, die er fressen will im Spiel. Dass er auch bestimmte Karten machen kann. Und wenn er das schafft, dann hat er auch gewonnen. Ist im Prinzip also so und die Zeit läuft für den Oktopus. Und der Hai muss versuchen, den Oktopus halt vorher anzugreifen. Weil wenn der Hai es schafft, ihn anzugreifen, also nicht nur zu finden, sondern auch anzugreifen, dann gewinnt er, wenn er dann diese komische Begegnung irgendwie schafft. Und die finde ich auch ganz spannend, weil erstmal muss der Hai den Oktopus finden. Also irgendwo halt genau dahin schwimmen, wo er ist. Und das vielleicht das Klötzchen dann aufdecken. Aber wenn er den gefunden hat und ihn dann auch angegriffen hat, dann gibt das wie so ein kleines Schein-Schere-Papier-Mechanismus mit drei Karten. Also jeder spielt eine Karte. Und wenn sie von der gleichen Farbe sind, dann heißt das, der Hai hat getroffen und gewinnt. Wenn sie von unterschiedlichen Farben sind, dann ist der Oktopus entkommen. Dann werden aber die Karten von einer Farbe komplett entfernt. Und da es ja drei Karten sind, ist am Anfang die Chance 1 zu 2, dass der Hai richtig tippt. Dann danach 50-50 und beim letzten Mal trifft er auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz cooler Mechanismus, weil so ist man nie sicher, okay, habe ich jetzt verloren als Oktopus, weil der Hai mich gefunden hat oder noch nicht? Und wenn er mich noch mehr erwischt, habe ich dann verloren oder noch nicht? Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil diese Hidden Movement Games, wo sich einer nur versteckt und der andere versucht, ihn zu finden, die sind manchmal sehr schnell vorbei, wenn einfach jemand sehr gut im Deduzieren ist oder einfach Glück hat oder der andere einfach eine doofe Entscheidung trifft, dann ist es einfach vorbei, wenn man sofort gefunden hat. Und das ist in diesem Fall offenbar nicht so. Also da hat man dann noch mehr Chancen als die Person, die sich quasi versteckt. Und genau wie bei Beast finde ich schön, dass hier einfach noch mehr Spielmechanismen drin sind. Also es ist halt nicht nur so ein reines Hidden Movement Spiel, wo sich einer versteckt und der andere sucht den, sondern beide haben noch Mechanismen mit Würfeln und Energiesammeln und neue Fähigkeiten freischalten. Und so ein Kartenspiel mit so einem, ja fast so einem Deckbaumechanismus, könnte man schon fast sagen, auf einem sehr geringen Level. Und trotzdem ist es relativ kurz. Also 40 bis 60 Minuten ist halt auch kein Riesenspiel, sondern ist so in der mittleren Region. Und es sieht wunderschön aus. Also diese Klötzchen, die in der Mitte stehen, von dem Oktopus, wo dann diese Symbole drauf sind, die finde ich ganz cool. Und dann dieser große Hai, der da rumschwimmt, den finde ich auch ganz ansprechend. Ja, ich finde, das Spielmaterial sieht wirklich hervorragend aus. Das Spiel hatte ich jetzt irgendwo schon mal, hatte ich den Titel gehört, ich weiß gar nicht wo. Auf jeden Fall, das hört sich nach einem sehr, sehr interessanten Spiel an für zwei, was auch wirklich mal ein bisschen was Neues macht. Genau, und dass das gehört hast, das wundert mich jetzt nicht, weil das Spiel hat vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das war Mitte letzten Jahres, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hat das Spiel knapp anderthalb Millionen Euro bei Kickstarter eingesammelt von über 20.000 Leuten. Also war das schon ein ordentlicher Hit. Kommt auch auf Deutsch raus. Also deutsche Version ist auch schon quasi im Kickstarter mit drin. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ist auch, glaube ich, von einem Team aus Hamburg. Also auch nicht ganz uninteressant. Und warum ich das Spiel auch genommen habe, was ich dann auch noch so gesehen habe, nicht nur, weil das Spiel mich angesprochen hat, sondern weil das auch so eine kleine Kontroversum dieses Spielmoment gibt. Denn online, also wirklich tatsächlich, also auch auf großen Plattformen wie Amazon und Ebay sind wohl tatsächlich gefälschte Exemplare davon aufgetaucht, die jetzt schon verkauft werden. Was natürlich unmöglich ist, das Spiel soll erst im Oktober rauskommen. Wo es auch schon ganz viel offizielle Statements gegeben hat vom Verlag. Und das fand ich deswegen auch ganz interessant. Wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, weil vielleicht gab es auch schon einen Artikel, wenn ihr das hört zu dem Thema. Also haltet mal die Augen offen. Sieht auf jeden Fall ganz schön übel aus. Oh, das ist natürlich krass. Das hatte ich noch nicht gehört, dass es Raubkopien gibt im Prinzip, die im Vorfeld schon, also Fälschungen, die vorher erscheinen. Das ist schon krass. Genau, so wie es aussieht, gibt es gefälschte Angebote. Also, dass Leute einfach irgendwie die Spiele nachgestellt haben und die dann online anbieten, aber sie natürlich nicht verkaufen können, weil es sie nicht gibt bislang. Sondern haben wir es wahrscheinlich einfach aus dem Material, was man irgendwie finden konnte, so ein bisschen Kram ausgedruckt. Und ich habe auch schon gelesen, dass in einem von diesen Angeboten war die Hai-Figur einfach aus dem Lego-Set genommen und dann daneben gelegt. Also es sind natürlich keine echten Fälschungen, die dann verkauft werden, sondern es sind quasi nur gefälschte Einträge. Also es sind wahrscheinlich keine, man kann da wirklich kein richtiges gefälschtes Spiel kaufen, sondern man schickt nur Geld los und kriegt dann nichts. Aber dafür, dass es so ein Scam ist, sieht es dann schon ganz ordentlich aus. Aber bei manchen sieht man schon, dass das so nicht sein kann. Manche sehen ziemlich aus wie Majongsteine, von denen, die ich gesehen habe, statt die, die eigentlich im Spiel sein sollen. Aber da ist auf jeden Fall schon eine gute Kontroverse drum entstanden. Schon so, dass es schon ein paar Newsseiten erreicht hat im englischen Sprachraum. Krass, okay. Ich habe übrigens nachgeguckt, warum mir das Spiel bekannt vorkommt. Ich hatte da eine News zugeschrieben Anfang Dezember. Ja, guck, dann sind wir ja super aktuell damit. Mit dem Titel Wenn Haie gegen Oktopusse kämpfen kommen 1,4 Millionen Euro zusammen. Ja, super. Ich habe es auch nicht mal von unserer eigenen Seite gefunden, sondern da habe ich direkt drüber geschossen. Ja, cool. Ja, aber wie gesagt, auch ein spannendes Spiel, das man für, wenn man gerne zu zweit spielt und Hidden Movement mag, auf jeden Fall einen Blick behalten sollte. Ja, vor allem mit diesen zwei Rollen, die ja, die nicht so stark klingen. Also wie gesagt, was ich immer bei Hidden Movement das Problem habe, ist, dass einfach es so ein reines Deduktionsding ist und dann gewinnt halt die Person, die das besser kann. Und das ist meistens relativ klar, wer es besser kann. Also weil das halt irgendwie so ein Skill ist, den Leute haben oder nicht haben. Und da ist einfach noch mehr Spiel drin, als nur dieses Versuchen rauszufinden, wo jemand ist oder versuchen irgendwo hinzugehen, wo einen jemand nicht findet. Und das kommt ja im Moment häufiger. Wie gesagt, ich habe ja schon über Biest gesprochen, was wir neulich auch mal relativ lang gesprochen haben im Podcast. Und ja, das finde ich ist eigentlich ein ganz schöner Trend. Ja, apropos Deduktion. Man braucht auch Deduktionsfähigkeiten, um über das nächste Spiel sprechen zu können, was ich rausgesucht habe. Und zwar habe ich Sherlock Solitaire rausgesucht. Das wird ein kleines Kartenspiel sein, was bei Wise Wizard Games erscheint. Das sind die Macher, die zum Beispiel Star Realms auch gemacht haben. Und die sind halt sehr, wie soll ich sagen, sehr fähig darin, gute Kartenspiele zu erzeugen und neue Spiele zu machen. Und sind jetzt ja lange, sag ich mal, bei ihrer Star Realms-Reihe geblieben. Also haben immer verschiedene Abwandlung dieses Spielprinzips gemacht und das in verschiedenen Richtungen einfach ausgebaut. Und jetzt kommt mal eben etwas komplett Neues. So hört das sich zumindest an. Das ist ein Spiel für ein bis zwei Personen, was man dann eben auch anscheinend solo gut spielen kann. Spielzeit wird mit 20 bis 30 Minuten angegeben. Ab einem Alter von 12 Jahren soll man spielen können. Und zu den Illustrationen kann man noch nichts sagen. Die sind halt noch nicht vorhanden. Im Prinzip steht im Moment noch Peter Scholz, das ist der Autor, auch als Grafiker drin. Ob das so bleibt, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist noch nicht mal auf der Webseite von Vice Wizard Games irgendwas zu dem Spiel zu finden. Tatsächlich nur bei BoardGameGeek gibt es da einen Eintrag, wo dann auch nur ein ganz knapper Teaser steht, dass das eben ein kooperatives Spiel ist. Oder eben ein Solospiel ist. Und man übernimmt die Rolle von Watson und Holmes. Und das Spiel besteht halt nur aus jetzt wo steht es, 55 Karten. Also das ist wirklich nur ein kleines Deck. Und trotzdem soll man hier auf eine einige der berühmtesten Fälle von den beiden stoßen im Spiel. Ich bin gespannt, hast du das Spiel einfach nur genommen wegen dem Verlag, wegen Star Realms? Weil das dann interessant für dich klang, dass die so ein Spiel machen, was halt in eine ganz andere Richtung geht? Ja, ja, weil der Verlag halt bisher mich immer gut überzeugt hat mit, die können, finde ich, ganz gut mit einem kleinen Kartendeck irgendwie ein spannendes Spiel machen. Und jetzt, das hörte sich so an, als wäre es mal wieder was Neues von denen. Und da bin ich halt super neugierig drauf. Ich bin jetzt für so Detektivsachen ja eigentlich auch immer zu haben. Wobei das jetzt eigentlich eher so nach so einem reinen Logik-Deduktions-Ding klingt. Das steht auf Strategie-Kartenspiel. Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich mir noch mal genauer angucken, glaube ich. Ja, genau. Das gibt jetzt auch noch nichts wirklich dazu zu erzählen. Und noch nicht mal Bilder. Kann ja sein, dass es fürchterlich ausschaut. Aber es hört sich erst mal interessant an. Und weil es eben ein Verlag ist, der in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er gute Kartenspiele machen kann, die vor allen Dingen super zugänglich sind. Und, finde ich, auch gute Werbung sind. Also mit Star Realms zum Beispiel, da würde ich mich mit vielen Menschen, auch die noch nicht Kartenspiele gespielt haben, hinsetzen. Und das mit den Losspielen. Und das habe ich auch schon gemacht. Und da habe ich auch schon verschiedene Leute dazu gebracht, die das einfach richtig toll fanden. Ja, und ich kann mir das gut vorstellen, dass die hier wieder einen guten Job machen. Ja, klingt auf jeden Fall so. Also vor allen Dingen, und Shadow Commons ist ja auch so ein Thema, mit dem man eigentlich viele Leute gut catchen kann. Man kann davon auch eigentlich nie genug Spiele haben von dem Thema, wenn es nach mir geht. Weil das eigentlich immer irgendwie cool ist. Und weil man da auch schöne Twists reinbauen kann. Und hier geht es ja auch wieder hier um den Widersacher, Professor Moriarty. Ja, warum nicht? Ja. Naja, also wir sind gespannt. 2024 soll es erscheinen. Wie gesagt, auf der Webseite gibt es noch gar keine Infos dazu. Aber bei einem kleinen Kartenspiel bin ich dann doch sehr positiv gestimmt, dass das tatsächlich erscheinen wird, auch dieses Jahr, weil das ist schnell produziert. Ja, 55 Karten kriegt man hin in einem Jahr. Ja, und ich glaube, wir bleiben jetzt bei Kartenspielen. Ja, genau, wir bleiben bei Kartenspielen. Und ich habe mir das jetzt, glaube ich, auch nicht nur wegen dem eben so gut passenden so bis zum Ende aufbewahrt, denn ich will jetzt nicht, dass jetzt alle sofort weggeschreit, weglaufen, das ausschalten, weil es geht jetzt bei mir das nächste Mal um ein Sammelkartenspiel. Ja, ich weiß, oh Gott, ein Sammelkartenspiel. Sind wir da nicht raus langsam aus den Zeiten? Oh mein Gott, haben wir das nicht hinter uns? Ja, habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich einen Namen gelesen, der mich dann sofort vom Gegenteil überzeugt hat und zwar Regie Bonisset, der Autor von dem Spiel. Ich hoffe, der hat das ansatzweise nicht völlig zerstört, diesen Namen. Ich kann leider kein Französisch. Das ist der Gründer vom Studio Libellut, also die, die hinter Dixit stehen und Mysterium und der Autor von Seasons und Diceforge. Und Seasons ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele bis heute und ist auch ein reines großes Kartenspiel, was auch fast ein Sammelkartenspiel sein könnte, aber nur in einer großen Kiste für mehr Leute als zwei. Und Diceforge fand ich auch ganz cool, das ist so ein Spiel, da baut man eben so Würfel zusammen, also da hat man so Würfel, wo man die Seiten austauschen kann und neue Sachen dran machen kann. Und die fand ich beide so gut, dann habe ich den Namen gelesen und dachte so, ach, guck mal. Und dann habe ich gesagt, Sammelkartenspiel, oh Gott. Habe ich mir dann mal ein bisschen genauer angeguckt und fand es dann doch ganz interessant, wie ist das Spiel für zwei Personen? Ich meine, Sammelkartenspiele sind das meistens. im Rahmen von dem, was man von so einem Spiel erwarten kann, denke ich mal. Und er stand bei Equinox Verlag, ist ein komplett neuer Verlag, das ist auch deren erstes Spiel, wahrscheinlich soll das dann auch deren Fokus sein, nehme ich mal an. Und das soll ein relativ innovatives Sammelkartenspiel sein, was für Wettkampf, aber auch für Gelegenheitsspieler irgendwie interessant sein kann. Und was ich besonders interessant fand, was man im Spiel macht, ist anders als in den meisten anderen Spielen. Also man hat keine Lebenspunkte und kämpft mit irgendwelchen Monstern gegeneinander, sondern es geht um so Reisen, die man macht oder so Abenteuer, auf die man geht. Und in der Mitte liegen dann so drei Karten und die haben auf beiden Seiten dann immer so bestimmte Symbole von, ich glaube, Wasser, Berge und Wälder oder so, sind wie so Elemente, kann man sagen. Und dann spielt man auch so Charaktere, spielt jeder auf seine Seite, immer zugehörig zu diesen einzelnen Karten, so ein bisschen wie bei Smash Up, wenn einem das jemandem was sagt, wo man ja auch mal Charaktere an einzelne Länder oder Orte anlegt. Und dann versucht man in welchen von diesen Elementen immer die Oberhand zu kriegen. Und wenn man das schafft, dann rückt man mit so kleinen Plättchen in diesen Abenteuer Reisen immer weiter fort und versucht dann eben zuerst ganz am Ende ans Ziel zu kommen. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde, klingt mal anders, man bekämpft sich mal quasi nicht direkt gegeneinander und versucht irgendwelche Lebenspunkte kaputt zu machen oder so, sondern ist mal ein bisschen was anderes. Und was ich auch schön fand, ist, dass es da so ein ganz ausgeklügeltes Seltenheitssystem gibt. Also es gibt dann immer Karten, die auch eine seltene Version haben, die besser ist, aber man darf in den Decks nur bestimmt viele von diesen seltenen, sehr guten Karten einbauen. Also man kann nicht einfach zwölf Booster-Displays kaufen und dann das ganze Decken mit irgendwelchen Super-Holo-Monster-Karten vollladen und dann haben alle dann keine Chance mehr, außer die, die auch irgendwie 600 Euro ausgegeben haben für Karten, sondern das begrenzt die Sache schon. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass einige von den Karten so ähnlich wie bei Keyforge so einen kompletten Randomizer unterliegen, also die komplett zufällige Effekte haben können, wo der Verlag auch schon gesagt hat, dass sie sich ein System ausdenken werden, wie man die Karten wieder wegkriegt, wenn sie zu krass sind oder wenn sie irgendwie das Spiel dann zerbrechen, weil da irgendwelche ganz verrückten Sachen entstehen. Und das sieht einfach mal ein bisschen wie frischer Wind aus. Also so die letzten Sammelkartenspiele, die ich gesehen habe, so zum Beispiel das One-Piece-Spiel oder vor ein paar Jahren Digimon oder so, die waren nicht alle irgendwie so ein bisschen nicht wirklich neu oder spannend. Das war mir alles zu sehr das, was man schon kennt von Magic und Yu-Gi-Oh! und Pokémon und so, die ganzen Urgesteine von früher. Das sieht mal wirklich ein bisschen nach was Neuem aus und hat auch schon so ein bisschen Interesse generiert, auch in der Szene, wie ich das so mitbekommen habe und sieht auch schön aus. Also ich erkenne auch, was von dem Spiel von Seasons sehe ich auch in dem Kartendesign, was mir gefällt. Also eigentlich habe ich das Spiel hauptsächlich ausgewählt, weil ich den Designer sehr gerne mag, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, okay. Ja, ich hatte Vera und Thorsten aus unserem Team, die waren während der Spiel 23 auf einer Präsentation, wo sie das Spiel ausprobiert haben für zwei Stunden und wenn ich mich jetzt recht entsinne, war Thorsten dadurch aus, ja, von dem Spielprinzip grundsätzlich sagte, das spielt sich gut, das funktioniert. Die beiden haben es aber kritisch gesehen, dass es hier eine sehr starke digitale Anbindung gibt im Prinzip. Also hier, es gab ja eine Zeit lang jetzt das Bestreben im Videospielbereich ja, digitale Rechte an die Spiele zu hängen und an Gegenstände zu hängen und quasi dann den Verkaufswert darüber abzuwickeln und das wird es hier wohl tatsächlich auch in irgendeiner Form geben, dass die Karten eben digital in deiner Apps auch mit drin sind und da stehen dann auch drin, dass du die Rechte quasi für die Spiele, für die Karten hast und nur wenn du diese digitalen Rechte hast, kannst du die zum Beispiel in einem Turnier benutzen, in einem offiziellen. Ja, das ist wahrscheinlich für diese Zufallskarten, die dann immer einzigartig sind oder so, nehme ich mal an. Man sieht ja auch, es sind QR-Codes auf diesen Karten drauf. Ja, genau, jede Karte wird wohl irgendwie gescannt und man hat dann die Rechte daran und man kann die aber dann auch digital wieder weiterverkaufen und kann aber dann quasi die Karten selbst behalten, wenn man möchte. Nur halt in einem Turnier könntest du die dann nicht mehr benutzen. Also die sind dann im Prinzip für das Spielsystem als Ganzes wertlos, in Anführungsstrichen, wenn man halt ein Turnier spielen möchte. Und ja, man kann wohl auch sagen, hier eine Karte hat einen Knick, ich bestelle mir die neu und dann wird sie gedruckt und geliefert. Ja, das geht ja dann schon in dieses Turnier Gedöns rein, das interessiert mich persönlich sowieso eigentlich nicht, deswegen habe ich das letztes Mal ausgeklammert für mich persönlich und ich kann mir halt vorstellen, dass es ja auch vielleicht ganz cool ist, wenn man sein eigenes Deck dann automatisch, also wenn man die Karten dann physisch hat, dass man sie automatisch vielleicht auch in das digitale Spiel irgendwie übertragen kann, dass man da nicht noch extra Kram kaufen muss oder so, weiß ich nicht. Also damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber ich fand das Spiel auch ganz vom Prinzip her ganz interessant, sind ein paar Mechanismen dabei, die ich ganz gerne mag, das Spiel hat auch so eine Art Mana wie bei Magic, also man bezahlt Karten, wenn man sie spielt, eben mit quasi Energie, die man vorher beiseite gelegt hat, aber nicht wie bei Magic mit Ländern, sondern man kann einfach alle Karten als Energie einfach umdrehen und dann verdeckt quasi, wie Mana bei Magic ausspielen, was ich schon bei einem anderen Kartenspiel vor sehr, sehr langer Zeit mal eine gute Idee fand, weil man nicht immer auf diese blöden Länder warten muss oder die extra raussuchen muss. Und ja, das klingt erstmal ganz erfrischend für mich vom Spieldesign und ja, dann habe ich mir gedacht, warum nicht mal sich das ein bisschen angucken. Ja, klar. Wunderbar. Ja, dann beschließen wir diesen Podcast mit einem Spiel, was wir uns beide ausgesucht haben und zwar 99 Ninja und da sieht man bei Board Game Geek bisher nur vornehmlich Prototyp-Bilder und das hat mich aber schon ein bisschen neugierig gemacht, weil es ist irgendwie so, dass man hier eine Folie hat oder so und dann legt man dann ein Raster von Ninjern rein und baut damit dann nach und nach den Plan zu. Man hat eben den Auftrag hier, den Daimyo zu umzingeln und ja, das ist halt ein kleines, schnelles Plättchen-Nägel-Spiel. Die Spielzeit wird hier mit 10 bis 20 Minuten angeben, kann man solitär spielen, kann man aber auch zu zweit spielen gegeneinander und wird empfohlen ab einem Alter von 10 Jahren. Der Grafiker ist David Gregorian und der Autor ist Ivan Alexiev und Matt Ding. Und erscheinen wird das Spiel bei Prometheus Game Labs, habe ich auch jetzt noch nicht gehört, aber wahrscheinlich dann auch so eine Gruppe von Leuten, die das Spiel einfach selbst rausbringen, demutig mal. Ja, und so mal eben Verlag aufmachen, das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja so viele neue Verlage jedes Jahr, also ich glaube, die Hälfte der Spiele, die wir jetzt ausgezählt haben, waren wieder von so Verlagen, die bisher ganz neu sind, also wundert mich das irgendwie nicht. Auf jeden Fall, das hatte ich mir rausgesucht, weil ich es so ein bisschen innovativ halt fand oder zumindest hat einen neuen Kniff, der noch nicht so abgenutzt ist, dass man natürlich transparente Folien hat und da schon mal was reinsteckt, vielleicht auch mit Karten, die man dann erweitert, schon ein ab und zu gesehenes System, aber dass man eben so Plättchen quasi sich selbst zusammenstecken kann und die dann verwendet, das fand ich schon sehr interessant. Ja, das finde ich auch eine coole Idee. Jetzt hatten wir schon solche durchsichtigen Karten, die man zusammensetzt und jetzt haben wir auch so ein Plättchenspiel oder ein Legespiel, wo man solche transparenten Dinger hat, die man dann ausfüllt, das finde ich auch eine ganz coole Sache und ich frage mich jetzt, kann ich mir das wohl wie so ein kompetitives Puzzlespiel vorstellen? Irgendwie schon, ne? Ja, es geht hier wohl darum, dass man die Plättchen ja eben mit dem richtigen Timing ausspielt und ja im Prinzip so ein bisschen vorausschaut, was der andere wohl machen wird und dann darauf reagiert, indem man halt die Plättchen von sich so zusammenstellt. Sieht auf jeden Fall super witzig aus. Ich mag auch das Artwork, sieht so ein bisschen cartoonig, überzeichnet aus, wie so irgendwelche Cartoons auf Super RTL früher oder so. So ein bisschen so sehr, so extrem dicke Outlines und so süße Figürchen, aber sehr kontrastreich und das finde ich sieht einfach sehr ansprechend aus. Beim Spielmaterial, das ist halt noch so Prototyp, deswegen weiß ich nicht, ob das final ist. Ich hoffe es nicht. Aber das sieht schon ein bisschen traurig bis jetzt aus, aber es sieht so aus wie mit einem normalen Drucker gedruckt und dann ausgeschnitten und auch noch nicht final. Selbst wenn es so aussieht hinterher, die Figürchen sind halt direkt zu unterscheiden, da muss man ja auch mal drauf achten. Die haben ja anscheinend eine unterschiedliche Funktion oder so. Also wir wissen halt von dem Spiel nichts, es gibt noch keine, ich habe jetzt nichts weiter im Detail darüber gefunden, außer die Beschreibung beim Boardgamegeek. Sieht einfach interessant aus, um sich das mal anzuschauen. Ja, und vor allem ist es schnell gespielt, 10 bis 20 Minuten, das ist so ein Ding für zwischendurch. Das finde ich auch immer ganz gut. So kleine Spiele, die finde ich persönlich immer am schwersten zu finden. So ganz kleine Spiele tue ich mich immer am schwersten mit, weil ich bin einfach nicht so der Typ, der so auf der Spielmesse einmal Arm raus und einmal Tasche voll macht mit den ganzen kleinen Spielen, weil ich da keine Lust drauf habe. Und ich tue mich immer ganz schwer damit, so ganz kleine Spiele zu finden, die man einfach mal so eben spielen kann, wenn man mal gerade irgendwie vorm Schlafengehen irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit hat und irgendwie mit der Freundin auf dem Sofa sitzt und ich weiß, was man noch treiben soll vorm Schlafengehen oder so. Ja, und das sieht eigentlich ganz süß aus und ich finde, das Artwork auf dem Cover sieht fantastisch aus und ich hoffe, das Spielmaterial sich noch ein bisschen dem angleicht. Ja, hoffe ich auch. Dann, ja, ist das das letzte, das siebte Spiel gewesen, das verflixte siebte Spiel mit 99 Ninjern, was wir rausgesucht haben für euch. Ich hoffe, die Übersicht hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr auch schon irgendwelche Geheimtipps habt, irgendwelche Spiele, wo ihr meint, wow, die sind auf jeden Fall interessant, sich mal anzuschauen, wenn man zu zweit spielt, dann lasst uns das gerne wissen, zum Beispiel über unseren Discord-Server, sicherlich eine gute Plattform, um miteinander zu diskutieren und ansonsten schreibt es uns einfach über E-Mail oder wo ihr uns auch immer kontaktieren möchtet. Dann danke ich dir, Philipp, hat Spaß gemacht. Ja, war interessant. Wir haben was Neues dazugelernt, ein paar Spiele uns schon mal rausgesucht fürs kommende Jahr oder fürs aktuelle Jahr und dann wünsche ich jetzt noch eine gute Zeit und falls euch dieser Podcast gut gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, das kostet euch gar nichts außer zwei, drei Klicks und hilft uns eben, dass wir eine größere Reichweite bekommen, ein bisschen weiter noch besser wahrgenommen werden und vor allen Dingen empfehlt uns weiter an Personen, die keinen Podcast hören, weil da gibt es draußen noch viel zu viele Leute, die leider immer noch nicht bemerkt haben, dass es richtig gute Podcasts gibt, die man hier regelmäßig sogar kostenlos hören kann. Oder kommt bei uns auf den Discord-Server und sagt uns mehr zu den Spielen, von denen wir jetzt zu wenig gewusst haben, zum Beispiel, oder erklärt uns auf, wie das mit dem Alter jetzt mit diesem digitalen Element funktionieren soll oder erzählt uns mehr über eins von den Spielen, wenn ihr mehr wisst, das wäre für uns ja auch sehr interessant. Richtig. Tja, dann habt jetzt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.